Ich hab kein Schätze, ich fühle, nein! Ich hab' noch mal raus! Wohin soll? Ich will den Store nicht wussten. Diese überfliebten Jodos-Jahre haben mir schon mehrmals zu den Arsch geglitten. Jo Freunde, was geht? Fixet was in eigener Sache. Schaut gerne mal auf meinem TikTok-Kanal vorbei und lasst ein Follow da. Das Link dazu ist unten in der Beschreibung. Würde mir sehr helfen und wenn ihr schon dabei seid, drückt direkt den Abo und den Like-Button einmal durch. Würde mich sehr unterstützen und einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst, wie es läuft. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Man sagt Gesundheit, wenn jemand nie ist. Das Arschloch. Wohl'n Sohn. Ich möchte ja niemanden anschreien, ich habe meine Wege geändert. Specialist, bitte stellen Sie sich einmal neben den Master-Star oder... Ja, dann nicht. Ja, machst du das auf'n irgendeinen Weg. Du hast es schon verkackt. Ich hab' verkackt, du hast verkackt. Du bist verlobter, aber mit 17! Maa... Gut, noch keine, noch keine, noch keine Squad-Post-Aktualisierung. Wollen wir nachfragen? Nein, 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 nein. Die Wege ist saufend oder gründlich. Äh, Lieutenant, wollen Sie sich vielleicht als First markieren? Danke. Nur das mit Mountain-Spillig. Ja, Sie müssten deutlicher werden oder deutlicher sprechen, dann kann ich das verstehen. In zwei Reek, man versteht die schlecht. Kann sich machen, kann sich machen, kann sich machen. Der ist sauer, der ist sauer. Der kann, der kann, der kann, der, ne, 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 das können Sie nicht machen. Das ist, das ist das richtige Specialist-Strap, was du da trägst? Das ist mir relativ egal, ich hab' das einfach im Kleiderschrank gehabt. Wenn da irgendwas falsch ist, dann müsst ihr mir das sagen. Ich kenne unsere Kleiderordnung nicht. Du musst die Platte abnehmen. Du musst Rappen mit dem Sättelchen 1 tragen. Genau, das hab ich dir auch schon gesagt. Tolle Hilfe. Erbon, kurz für euch. Falls der Private Medusa bei euch vorbeikommt, setzt ihn fest. Von dem ist lustige Gefahr auszugehen. Wir haben gerade von der Estee in der anderen Sättung. Mit Herz, mit Herz. Mit, 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 mit Herz. Halt's mal, Wirtel. Bro, guck dir an, der ist sauer, Bro. Lieutenant, es tut mir auf, richtig leid. Ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten. Hab ich kurz, aber ich kann nicht aus dem Weg. Ich kann echt nicht, Knight steht im Weg. Geht doch aus dem Weg. Kann nicht, Knight, Knight ist leider im Weg. Knight ist leider im Weg. Ja, hast doch genug Platz, Rick. Ritter, wer da? Nee, tatsächlich nicht. Hip, hopp. Hip, hopp, Lieutenant. Sieber mich drüber. Holla, er wird dich hüpfen. Hip, hopp, hippidi-hopp. Knight wird nicht besser für Sajan. Ja, was soll ich denn machen? Dann sagen sie jetzt mit Sajan Wetter, dass er aus meinem Weg gehen soll. Also ich kann mir das nicht befehlen. 10-1, 10-1. Es werden wahrscheinlich eine Variation aus Jetpack B2 und normalen B2 sein. Diese werden sich auf dem Schiff-Bolk herumbewegen. Haben wir eine Massenanzahl? Ja. Dann hauen sie mal raus, sieh viel. Das war meine Antwort auf Ihre Frage. Haben wir eine Massenanzahl? Hast du Ja gesagt? Genau. Wollen sie mir die Massenanzahl auch noch sagen? Du sollst mehr kämpfen, weniger fliegen. Runter mit dir. Äh, Reek, du kannst auch gerne Arctsachen machen. Kann ich auch Arctsachen machen. Bist du Arct? Okay. Anders gefragt, bist du ein Alpha? Äh, Alpha Advanced mein ich. Äh, Alpha bin ich. Alpha, ist ein Opfer. Die Schiffe halten sich in den Abstand von der Explosion. Egal. Die Truppen aus. Und dann soll die gesamte Gärze verrücken. Ich glaub, die Befestigung geht in die Luft. Gut, dann sprengen wir. Junge, Junge, wie das runter geht. Ich würde erstmal komplett drüber gehen. Komplett da drüben hin. Geht leider nur die Hälfte, Reek. Wir müssen, Maja, nach der ganz vorne drüben hin. Da können wir hin, ja. Ja, dann, dann Alpha. Ja, da können wir hin. Im Großen und Ganzen ist die Primärzelle jetzt, dass die erstmal vorrücken und die Feindbasis einnehmen. Wir messen, dass ein Landungsschiff gerade vor Ort ist. Aufgrund der Ressourcen, die vor Ort sind, die wir benötigen, wird nicht empfohlen, mit einem Schiff reinzuschießen. Dementsprechend wird ein bisschen Präzisionsarbeit benötigt. Die Personen wissen, glaub ich, was ich damit meine. Wollte sie angesprochen fühlen. Ja, herzustanden, wunderbar. Ja, kriegen wir noch hin, kriegen wir noch hin. Ist das im Rahmen, ist im Rahmen. Sprengsätze an den Flügel platzieren. Wenn Sprengsätze an den Flügel platziert ist, einer reicht. Einer reicht. Bin dran. Wunderbar, da stützt, da stützt her, der stützt auf die Panzer, da stützt auf die Panzer, das ist perfekt. Und runter. See you, coming. General, das Landungsschiff ist verstorben. In vier, gute Arbeit. Hit hier. Es sieht dunkel aus, Rick, es sieht dunkel aus. Nein, ich drehe mich. Ich habe keinen Jet-Bückel, nein. Nein, ich bin der Arzt, ich bin der Arzt, ich bin der Arzt, ich bin der Arzt, ich bin der Arzt. Das ist mir auch neu. Nein, ich bin der Arzt. Wir wollen nur auf. Die Verrichtung sein, bis heute fertig sein. Was? Die Verrichtung sein, bis heute fertig sein, meinst du der Karzt, ich ruhe. Nein, das ist eine Hittenaufgabe. Ist man ja, nicht zu haben, wirst du das networksen. Nein, das ist eine Bewegungsschiff. Ich bin der Karzt, ich bin der Arzt, ich ruhe. Einen weiß ich. Nein, das ist ein Bombardier. Vielen Dank.